manchmal liebe ich windows denn es verstellt mir immer wieder das ausgabegerät ich habe gerade eben schon einen beitrag für euch vorbereitet der war allerdings komplett ohne ton manchmal ist es vielleicht besser wenn man mich nicht hört aber manchmal will man vielleicht doch hören ja was sagt er denn zur zeichnung deshalb das ganze noch mal und wollen wir uns mal anschauen was die märkte aktuell tun dass es ähnlich macht ein sprachlos möglicherweise für den einen oder anderen mal zumindest denn es ist nicht die beliebteste richtung nämlich deutlich nach unten ja wie sieht es denn aus an den marken märkten müssen wir mit deutlich mehr rechnen wird es richtig noch mal gefährlich ist es eine große gefahr die wir jetzt im moment haben und tatsächlich sehe ich eine deutliche chance für weiter ab für einen weiteren abverkauf ihr erinnert euch noch vielleicht was ich hier in stundenschad beim s&p beispielsweise reingemalt habe starke abwärtsbewegung gewünscht hätte ich mir so ein anstieg hier so in den mittleren bereich die skizze sah ungefähr so aus mit hoffnungsvoller erwartung dass der kurs hierhin kommt das ist natürlich nie eine erwartung die muss erfüllt werden im sinne von das ist ganz klar dass es passiert aber es ist die erwartung wenn der kurs schön korrektiv hier hin läuft also in diesen bereich hier rein kommt haben wir nach dieser vorgabe beste möglichkeiten dass er nach unten eben geht so und jetzt hat der saunsch uns diesen anstieg leider nicht so beschert er hat zwar hier eine pause gemacht machen uns nichts vor aber die ist ganz schön mickrig ausgefallen also der wunsch für noch einmal ein bisschen höher der ist dann nicht in erfüllung gegangen und deshalb ist auf dieser zeitebene zumindest für mich und für meinen handelsansatz hier kein einstieg für dieses teilstück hier möglich gewesen das ist vielleicht schade gut euch wird es nicht stören ob ich den trade mache oder ob ich nicht mache aber sowas kommt natürlich immer wieder vor trotzdem wer auf kleinerer zeitebene dann das ganze verfolgt sieht natürlich trotzdem dass wir hier immer wieder auf diesen starken abwärts bewegungen zum beispiel dieses teilstück so was wackeliges hier nach oben noch mal bekommen auch hier gilt generell diese fibonacci regel also wenn ihr machen wir uns das mal einmal groß nur dass man so sieht wenn man das in dem großen bild nicht sieht dann kann ich auch hier machen habe ich eine starke bewegung zum beispiel von dem hoch bis dahin läuft der kurs in diese kiste rein und tut er das möglichst wackelig also irgendwie a b c mäßig mach es mal weg dass ihr das nackig im chart seht schwupp also das ding hier sieht korrektiv aus dann ist das das beste die beste voraussetzung dass sich diese bewegung hier eben noch mal nach unten fortsetzt also ihr seht schon das prinzip bleibt fast immer das gleiche ganz egal auf welcher zeitebene und wundert oder ärgert euch nicht wenn es auf der zeitebene wo es am liebsten gehabt hätte hätte vielleicht da nicht stattfindet also das passiert durchaus hier haben wir das lebende beispiel mein wunsch dass er hier hoch geht dann hätte ich eine entspannte short situation die ist nicht aufgegangen also wenn ich nicht auf dieser zeitebene handeln kann verpasse ich es halt oder ich gehe auf eine kleinere zeitebene und suche nach diesen gleichen bewegungsabläufen quasi noch mal wenn ich sie denn zum beispiel sehe so wir hatten heute eine spannende situation zumindest mal war vielleicht das für den einen oder anderen spannend wir haben das tief was wir jetzt hier anfang september hat nach unten durchstoßen viele erinnern sich noch vor geraumer zeit als er noch in japan war war ich ja immer mit chimiso san unterwegs manch einer wird jetzt vielleicht noch sagen ich erinnere mich noch an die alten bilder von dort eben gerade hatte ich ein telefon interview dort und da wurde gefragt mensch ist das jetzt ein schlechtes zeichen dass wir dieses tief jetzt durchstoßen aktuell oder ist das gar nicht so viel aussagen aus meiner sicht ist es ein weiterer meilenstein auf dem weg nach unten aber es ist jetzt nicht die entscheidende bruchmarke die das hatten wir vor einiger zeit ja mehrfach gesagt war eigentlich dieses zwischenhoch denn das bedeutete dass dieser sehr schöne anstieg sobald wir das durchstoßen nicht mehr überlappungsfrei ist das bullische bild also eigentlich nicht mehr das vorherrschende sein sollte ja und wenn das nicht mehr vorherrscht dann das abwärts bild eben da nochmal relevant ist das ist doppelt wichtig warum fundamental gibt es viele gründe die jetzt für die abwärtsseite sprechen viele meiner in meinem umfeld meiner freunde geschäftspartner wie auch immer die im großen geschäft unterwegs sind also die wirklich in mit großen summen milliarden schwer unterwegs sind und ihre position dort vornehmen die können in der regel trading affine ansätze nur bedingt bis gar nicht mehr umsetzen sind also auf fundamentale lesart sozusagen darauf angewiesen bis zu diesem zeitpunkt nicht notwendigerweise exakt zu diesem zeitpunkt aber bis dahin fühlte man sich häufig mensch ja wir sehen das auch die charttechnik sieht noch long vor wir können nicht shorten oder wir können nicht zwangsweise alles glatt stellen weil wir sehen einfach die gefahr dass wir eine chance verpassen wenn wir jetzt nicht auf der long seite mit dabei sind das ist hier das erste mal angeknackst und mit diesem deutlichen schub den wir nach den inflationszahlen aus den usa nach unten gesehen haben spätestens jetzt sagen die instis okay der verkaufte tschuldigung der kaufdruck der ist erstmal weg wir müssen nicht mehr unbedingt auf die long seite gehen oder dabei bleiben weil der chart uns einfach zwingt weil der sieht doof aus der markt geht trotzdem hoch die situation ist nicht mehr der fall das heißt die ganzen big players die ganzen großen da draußen die ja angewiesen sind auf die fundamentalen auf die frühindikatoren und so weiter und die haben gewechselt gedanklich schon länger das ist also nichts neues aber jetzt auch denn der druck weg ist eher auf die es geht noch mal tiefer seite so das heißt wenn ein großer teil der marktteilnehmer ein schwergewichtiger marktteilnehmeranteil jetzt nicht mehr mit dabei ist weil der chart den zwang nach oben weggenommen hat ja dann ist natürlich die realistische chance dass der kurs massiv und deutlich hier noch mal nach unten geht also damit haben wir hier schon mal anfänglich mit dieser bewegung als nächstes und als weiterer meilenstein diese bewegung natürlich auch noch mal die sommer tiefs zum angriff gebracht beziehungsweise auch noch gegebenenfalls deutlich tiefer also es sieht nicht so gut aus es gibt wenig gute argumente oder gründe aktuell für die long seite und wie gesagt die großen player im markt fühlen sich nicht mehr so sehr unter druck gesetzt mist wir dürfen jetzt das nicht verpassen wir müssen da jetzt rein weil der chart so drückend nach oben pusht das ist weg gefallen ein kleiner hinweis in eigener sache wenn ihr lust auch habt nicht nur von mir diese charttechnischen aspekte immer wieder zu hören sondern auch lust habt auf diese fundamentalen hinweise heute abend um 18 uhr werde ich mit dr jörg rahn sprechen einige von euch kennen ihn ja schon haben schon mal das angeschaut er ist selber ja mehrere milliarden schwer in der verwaltung in einem family office das heißt er ist eben nicht als trader unterwegs und wir werden heute abend mal so ein bisschen den clash zwischen naja charttechnik und fundamentaler situation uns anschauen und werden mal gucken inwieweit gibt es übereinstimmungen inwieweit passt das ganze also wenn ihr das nicht verpassen wollt natürlich auch im nachgang in der aufzeichnung auch auf finanzmarktwelt.de wenn ihr lust habt könnt ihr das ganze natürlich dann euch anschauen sobald die aufzeichnung raus ist gibt es dann wahrscheinlich morgen dann den link dazu ebenfalls wenn ihr wie gesagt heute nicht live dabei sein könnt oder fragen stellen könnt dann entsprechend so also das nur so als ein hintergedanke die großen player sind gedanklich raus und der druck ist für sie weg was soll jetzt hier noch groß pushen charttechnisch sehe ich im moment überhaupt gar keinen ansatz für nach oben also wenn der kurs so nach unten geht wo soll ich denn da jetzt auf die kaufseite wechseln es gäbe einen grund für mich auf die kaufseite zu wechseln wenn zumindest mal kurzzeitig wenn der kurs sowas macht wackelig runterkommt das ganze bricht dann ist die chance dass sich das da hinten nochmal wiederholt sehr sehr groß und das geht nicht nur im 5 minuten chart die gleiche grundidee geht auch im stunden chart wenn wir das bekommen das bekommen das brechen nach oben das gibt es auch im tages chart wenn wir das bekommen das bekommen das bekommen dann wäre ich auf der long seite hierüber müssen wir heute nicht sprechen dass wir viele 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 tage dauern das werden wir ganz lange noch mitverfolgen ist also für uns im moment nicht wirklich relevant ja das hier wird auch sicherlich mehrere tage dauern werden wir vielleicht in den nächsten tagen in diesen update videos nochmal aufgreifen das kann ich mir sehr gut vorstellen das hier müsst ihr heute nachmittag selber rausfinden ob er sowas nochmal tut es ist nicht angekündigt dass er das tut das kann ich nicht sehen im moment aber möglich wäre es ausschließend tue ich es nicht das lässt sich immer einfach erkennen das ist super easy zu sehen das normalerweise auch und die chance eben dass danach der bruch hier kommt und dann die fortsetzung bringt das ist relativ einfach jetzt haben wir nur über den nasdaq gesprochen aber wenn wir ganz ehrlich sind naja es ist nicht groß anders beim oder beziehungsweise wir haben über den s&p gesprochen und den nasdaq es ist aber nicht groß anders ob ich den dow jones angucke auch hier gab es im großen die überschneidung auch hier ist der kurs eben tapfer auf dem weg nach unten und wenn ich mir so angucke diesen krampf oder kampf hier auf dem weg nach oben schauen wir noch mal ganz kurz hier so die letzten minuten seit heute nachmittag an nur da unten rechts gucken so richtig motivierend ist es noch nicht schaut mal der kurs zwar einigermaßen gut hoch aber auch wieder sehr tief runter also ich würde die long seite jetzt heute nicht zwangsweise anfassen wenn ich hier auf diese märkte gucke und wenn ich den dax abschließen noch mal schaue das ist jetzt hier namentlich sogar noch mal der september ich bin mir ziemlich sicher ich habe den schon umgestellt hat er gesagt ich ärgere den rüdiger mal und mache das noch mal rückgängig hier stellen wir noch mal auf den dezember kontrakt um so was allerdings hier schon mit eingearbeitet ist also insofern ist das mehr eine lesart hier dann seht ihr das was wir jetzt hier aktuell haben ist das macht euch selber gedanken dazu ist das eine starke aufwärts also eine aufwärtsbewegung ist es ich denke darüber müssen wir nicht diskutieren dass das was wir hier sehen von diesen tief auf aus bis dahin oder bis hierhin ist eine aufwärtsbewegung das ist wohl unstrittig und jetzt überlegt euch ist das eine starke bewegung oder es ist eine eher schwache auf dem weg könnt ihr mal so gucken wie sieht das so mit diesen korrekturen aus glücklich bin ich da nicht also ich muss sagen bullisch ich sehe es aktuell nicht vielleicht bin ich auch nur blind aber aus meiner sicht die bullische seite die müsste mindestens aus dem quark kommen mit irgendwie sowas und das fehlt hier aktuell gänzlich ja vielleicht ein bisschen ernüchternd zumindest mal für alle die die positiv eingestellt waren für die märkte und gehofft haben dass es nach oben geht wichtig ist beim hoffen immer auch auf die hinweise achten dass der kurs wenn er schon nach oben geht dann wenigstens wackelig runter geht dass es sich dann wenigstens einmal noch fortsetzt solange es aber dann lieber schub runter gibt wackelig hoch dann eben die abwärtsseite also das bleibt gleich bestehen ist auf allen zeitebenen gleich aus meiner sicht jetzt bin ich sogar noch allergisch auf das ganze was wir hier sehen was aus meiner sicht hier der fall ist ist käufe scheinen nicht wirklich interessant zu sein aus meiner sicht zumindest mal nicht es ist wohl eher die abwärtsseite vor dem wochenende und die es droht noch sich deutlich weiter auszuweiten in diesem sinne euch alles gute falls wir uns heute abend oder am wochenende video mäßig nicht sehen sollten dann zumindest euch ein schönes wochenende und bis nächste woche